Mein Name ist Hanna Berger, ich bin Diplompsychologin und mein ganzes Leben war immer schon sehr geprägt durch die Neugierde am Menschen. Und das hat mich auch beruflich immer angetrieben. So war ich viele Jahre als Personalentwicklerin tätig, arbeite seit langem als Coach, als Trainerin und bin im Bereich der Potenzialdiagnostik unterwegs. Für mich ist es unglaublich toll mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten und deren individuelle Entwicklung begleiten zu dürfen. Zu sehen, wie sich Menschen innerhalb von Coaching-Prozessen über einen längeren Zeitraum entwickeln, wie sie Lösungen für ihre Themen finden, wie sie aufblühen und daran teilhaben zu dürfen, ist etwas, was mir unglaublich viel gibt und was mich sehr zufrieden macht. Seit 2020 bin ich als Lehrcoach bei InKonstellation tätig und habe so das große Glück, unsere Ausbildungsteilnehmenden auch auf ihrem Weg zur Coachwerdung quasi begleiten zu dürfen. Auch hier macht es auf der einen Seite sehr viel Spaß, die Entwicklung der Teilnehmenden im Laufe der Ausbildung beobachten zu können und auf der anderen Seite ist es natürlich toll, das eigene Wissen, die eigene Erfahrung weitergeben zu dürfen und daher würde ich mich sehr freuen, wenn auch wir uns persönlich kennenlernen in der systemischen Coaching-Ausbildung bei InKonstellation.